Aktuell ist der Hamburger Flughafen komplett gesperrt. Grund hierfür ein Amok-Alarm. Bild berichtet hierzu. Kurz nach 20 Uhr wurde ein Bewaffneter am Hamburg Airport Helmut Schmidt gesehen. Der Unbekannte wurde nach Bildinformation offenbar in einem Fahrzeug vor dem Terminal 1 gesichtet. Er durchbrach mit dem Wagen eine Sicherheitsschranke und raste auf das Vorfeld. Großalarm für Landes- und Bundespolizei. Der Flugverkehr wurde sofort komplett eingestellt. Sämtliche Zugänge zu den Terminals sind gesperrt. Die Lage ist zur Zeit unübersichtlich. Starke Kräfte der Polizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Unbekannte wurde nach Bildinformation in seinem Audi ohne Kennzeichen vor dem Terminal 1 gesichtet. Dann raste er davon. Durchbrach wenige Minuten später mit dem Wagen eine Sicherheitsschranke am Nordtor und raste aufs Vorfeld. Der Audi steht jetzt im Bereich des Geschäftsflieger-Terminals auf dem Vorfeld. Auch auf Twitter findet man hierzu mittlerweile Nachrichten. Nach Bildinformationen hält der Mann zwei Kinder in seinem Wagen gefangen. Kurz bevor der Bewaffnete von Sicherheitskräften am Airport bemerkt wurde, hatte seine Ehefrau die Polizei alarmiert und verhandelt die Beamten per Notruf, dass ihr Mann zum Flughafen rasen würde. Mit den Kindern. Der Flugverkehr in Hamburg ist komplett eingestellt. Sämtliche Zugänge zu den Terminals sind gesperrt. Die Lage ist unübersichtlich und mittlerweile wurde die GSG 9 angefordert. Auch Polizeihubschrauber sind in der Luft und bewaffnete Polizisten dringen ins Terminal 1. Evakuierte Menschen stehen vor den Terminals. Der Mann soll mehrere Feuer im Flughafenbereich gelegt haben. Nach aktuellen Bildinformationen hat er mehrmals aus seinem Fahrzeug geschossen und sich mit den Kindern im Audi verschanzt. Nach Aussagen der Ehefrau soll es sich in diesem Fall wohl um eine mögliche Kindesentziehung durch den Täter handeln.